Januar 2023, Manila, Philippines. Franken-Baddler ist zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich fange das Jahr hier an in Manila, mitten im Verkehr wieder. Ach, wie habe ich das vermisst? Und zwar, wenn man den Namen Shotgun hört, dann denkt man vielleicht erst mal an irgendein Gewehr oder eine Pumpgun. Aber hier ist das ein Anstieg, ein schöner Berg, wo es hochgeht zum Viewpoint. Den werde ich jetzt heute mal aufsuchen. Mal gucken, wie es da oben aussieht. Moment, nicht so einfach hier. Filmen und im Bekehr von Manila. Und ja, den schauen wir uns heute mal an. Das ist ein schöner Anstieg. Ich habe schon Bilder gesehen. Und ich hoffe mal, dass ich das bis dahin überlebe. Momentan bin ich hier als Geisterfahrer gerade unterwegs. Aber ich muss hier irgendwie vorbei an den ganzen Autos. Okay, ich wünsche nochmal viel Spaß bei diesem Video. Ich konzentriere mich jetzt auf den Weg her. Und wir sehen uns später im Video. Oh, der Mountainbike hat mich schon überholt hier. Und wir sehen uns später. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Das war jetzt gerade irgendwie so eine Kontrollstelle, ich habe das auch noch nicht so ganz rausgefunden. Da gibt es wohl so bestimmte Viertel oder Gegenden, da braucht man irgendwie so einen Zugangssticker, Aufkleber, was auch immer, den ich jetzt natürlich nicht habe. Ich habe jetzt einfach mal unbeteiligt weggeschaut und auf meine Kamera und habe mich da jetzt durchgemogelt, weil das ist jetzt nun mal der Weg dahin. Ich habe jetzt keine Lust, da irgendwelche Umwege noch zu fahren, in einer Stadt, wo ich mich fast nicht auskenne. Und ja, er hat jetzt auch nicht auf mich geachtet, der Security, also ging es weiter. Und das ist auch schön hier, diese Boller. Die sind ja irgendwie alle paar Meter, hat man hier diese Straßenboller, diese Bumper, dass der Verkehr hier ein bisschen geregelt wird. Wobei die ja eh nicht schnell fahren hier, aber die sind ziemlich tückisch, weil ich bin ja die Tage auch schon mal bei jemandem im Auto mitgefahren. Und das setzt man gerne mal auf mit Unterboden. Das macht dann unschöne Geräusche, weil die teilweise recht hoch sind. Wenn man so ein Auto hat wie er hier, so ein Pick-up, da ist das kein Problem. Aber viele fahren ja ganz normale Autos, irgendwie Toyotas. Ja, und die setzen dann gerne mal auf, dann macht es ratsch. Und dann sind die Gesichter erst mal lang. Aber mit einer Radkammer hier locker drüberfahren, kein Problem. Das heißt, mit einem Rennrad. Fahrradweg mit Pfeil entgegen der Fahrtrichtung. Aber in meine Fahrtrichtung, also die richtige, da ist irgendwie kein Pfeil. Ich verstehe, wer will. Ich verstehe, wer will. Da vorne wird es steil, ich bin jetzt mitten im Timberland Anstieg, der hoch geht zu dem Shotgun Viewpoint, aber jetzt wird es noch steiler, hat er eh schon dauernd hier, größtenteils zweistellig, aber jetzt muss die Kamera weg, weil ich brauche beide Hände. Hallo, kann ich passen? Vielen Dank. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich? Es ist nicht möglich. Warum? Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es ist nur ich. Ich erzähle niemanden. Ich erzähle niemanden. Ich erzähle niemanden. Also der Viewpoint ist geschlossen, sagen die. Warum auch immer. Mir wurde was anderes gesagt, dass nur am Wochenende geschlossen ist und unter der Woche ist offen. die sagen genau das Gegenteil. Das bestehe ich jetzt nicht. Ich bin jetzt eigentlich umsonst her gefahren, weil der Viewpoint, das sind noch zwei Kilometer, sagt er. Ich darf mich nur bis zum Ressort bewegen. Das ist wahrscheinlich das hier da drüben. Und ansonsten war es leider nichts mit dem Viewpoint. Es geht schon wieder gut los hier. Aber gut, wir sind es gewohnt. Auf sowas sind wir ja vorbereitet. Dann muss ich halt irgendwie mal am Wochenende her. Aber da bin ich dann schon weg. Vielleicht wenn ich dann wieder zurück komme von den anderen Inseln. Da bin ich dann nochmal in Manila. Dann mal gucken, dass ich da nochmal hoch komme. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache mit dem Rad. Es war schon sehr beschwerlich hier mit 39 Zähne vorne, hinten 28. Ging bis 15 Prozent hoch. War jetzt kein Spaß in der Hitze bei 32 Grad. Ja, hier gibt es nicht so viel zu sehen. Außer ihr seid interessiert, wie hier so ein Ressort aussieht. Wir können ja mal rüberfahren zum Eingang. Aber es sieht halt so aus wie alle typischen Ressort-Eingänge. Da wird es nochmal zwei Kilometer weiter gehen. Was ich nicht darf. Ja, hier haben wir, was ist das? Mandala Farm Estate. Ach so, das ist irgendwas. Keine Ahnung, Farm Estate. Nach einer Farm schaut das nicht aus. Aber Estate, Real Estate vielleicht? Vielleicht in der Wohnungen oder sonst was. Ich weiß es nicht. Mehr ist hier nicht. Es tut mir leid. Aber gut, es war jetzt die erste Fahrt. Die ist meistens immer ein bisschen holprig, bis man sich eingewöhnt hat. Und ja, ansonsten kehre ich wieder um. Quäle mich durch den Verkehr. Und schaue, dass ich morgen noch eine andere Tour mache. Die dann hoffentlich erfolgversprechender ist. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auch wenn es nicht so viel zu sehen gab. Wir sehen uns bei der nächsten Tour. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, wir schauen noch ein bisschen davor auf die Kuppe. Wer kann mich mal jetzt hier nach vorne der Security-Celebrity jagen? Ja, wir sehen uns mal wie heute oben. Ja, wir sehen uns, wir sehen uns mal wieder. Ja, wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank. Too steep. Er ist der beste. 24 Pesos? Ok. Ich habe es hier in meiner Branche. Ich habe eine Branche. Keine Probleme. Kannst du es öffnen? Ich weiß nicht. Ja, perfekt. Hier, ich gebe dir 50. Gib mir 25 Pesos zurück. 25 Pesos? Ja. Ok. Jackfruit. Jackfruit ist zu groß für mich. Um zu transportieren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, ich weiß. Und dann, panggulay. Panggulay, ok. Panggulay, ist es ein coconut. Ah, das ist ein coconut? Ja, coconut. Eine andere Tide. Jamfurt ist panggulay. Und dann ist es bereit. Und das ist ein... Hinug, Sir. Ah Oh, ja Es ist nicht so... Scholar Und das war ein Potato? Ube Ube und Potato ist das Das ist Potato Und das ist Gabi Kamote Und dann Ube Wie machst du das? Wie machst du das? Halaya und dann Okay Very good Very healthy A lot of vegetable we don't have in Germany Never saw before Ich habe Es ist Ich spreche englisch Du sprach gut englisch Ich verstehe Ich verstehe dich Ich verstehe dich Und du verstehe mich So So We got it Okay, thank you very much Thank you very much, sir Have a good one Bye-bye My name is Jun My name is Jochen Okay, Jochen Okay Bye-bye 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 Bye-bye